und ein herzlich willkommen mit mir hier der stefan mal was anderes schaut einfach zu passt auf viel spaß so ich bin angekommen bei ihrem treffpunkt und sie das geld überwiesen ich möchte es machen war dann gehen sie zu der bank und zieht es ab zu viel zivil für wir zu wie kriegen sie genug ich möchte es und sie haben ihren freund nie wieder der bürgermeister braucht sicherheit er schütteln sich sie können verlassen verlassen ist eine falsche methode die werden hoffentlich keinen fehler machen fehler ich bin AGP denn sie müssen sich interessiert das aussehen sie sind spieler und ich würde auch und wie sie sehen es ist nicht schwer heranzukommen hoppen ja weil sie Leute gekillt haben aber ich gehe auch über Leichen wir haben genug Leute theoretisch die Ruhe T-Russe an sie hat war egal wir sind keine Touristen und unter ihren Thunai sind viele Leute gestorben und es reicht und ich gehe über Leichen wenn sie die Geisel nicht freilassen tötet...muss ich zur Waffe greifen und ich schaffe sie töten mich nicht weil ich will sie wollen mich töten aha jetzt habe ich die Geisel eigener Trupp erfolgreich so Bürgermeister sie sind an meiner Seite und an meiner guten Seite und damit verabschiede ich mich von einer weiteren Folge ich gehe ich gehe sie